Abgefilmt, die Strecke. Ja, also ich habe die letzte Fahrt auch auf der 1005er mitbekommen. Äh, in diesem Jahr, das war schon ziemlich normal. Das dauert noch zwei Minuten, dann fahre ich los. Ach, die Speicherkarte ist noch nicht mal voll. Okay. So kann man dann ein Video mit der Kamera drehen, oder? Ja, natürlich, also ich stelle die immer ganz gerne unter YouTube ein und dann unter... frei. Das mache ich immer ganz gerne. Ja, vom Wetter her sind die Aufnahmen dann ja auch ganz gut, ne? Ja, noch ist es so... Stört das Licht? Nein, das stört absolut nicht. Kriegen vielleicht noch ein bisschen was. Ohne blaue Beleuchtung. Ja. Erotikus. Könnte man nachts mit rumfahren? Ja, das... Ich glaube, Montag ist Freitag wohl eher. Die jungen Damen. Ja, das stimmt. Ja klar, ich mache ganz gerne immer so eine Freihandlaufnahme. Okay. Das habe ich schon... Ja. Auch wenn es immer so leicht wackelt. Aber das ist mir egal. Ja. 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 Mit dem Stand gedrehten mittels einem Schneeperdinger Bürgerbus dort. Okay. Witz und gleich rechts auf der Seite da. Ja genau, da und bei der Kirche da eigentlich doch. Oder auf der Schloss. Ja, da und so. Also ziemlich leicht, wenn sie Kinder. Und Voll-Anschen? Ne. Um 14 Uhr war ich eigentlich der Erste so ungefähr. Ja. Ja, dann kommen so die Leute. Ja, jetzt ist es natürlich Voll-Anschen. Haben sie da auch nur für Kinder? Haben sie da immer so? Nee, da gibt es ja zufällig weiße Friedrichsdampf Eisenbahn. Achso. Die werden mal jedes Jahr aufgebaut und die fällt natürlich einmal um den Preis, aber es ist schon ganz gut so. Nur für die ganze Zeit? Ja, also ich hab die auch benutzt, also man kann sich auch mal nach einem Frühbein auch mal klein fühlen. Ja, natürlich. Neben dem Frühbein verkauft, gibt es auch Waffen. Okay. Ja, schönen Frühbein zu kaufen. Ja. Das ist lecker. Na und heute auch ist es auch heute? Auch heute, ja. Erster und Zweiter. Gibt es sicherlich auch noch. Aber ich muss weiter nach Watzrode jetzt mal. Krünenkohl essen bin ich eingeladen. Auch schön. Heute noch oder morgen? Heute. Heute noch. Ja. Ja. Das ist also eine perfekte Verbindung mit dem Bus. Ja. Ja, ja. Einmal hin da und auf Neukirchen einmal zurück. Ja. Von der Zeitung ist es. Ja. Ja. Ja, ich komm da schon mit einer 30-minütigen Verspätung an, aber... Ja. 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 Ich h view. Ja. So, so eine Zerkangabe. Im letzten Jahr war das Grünfulessen um 18 Uhr erst angesetzt. Da war ich noch dann nach dem Neukirchener Weihnachtsmarkt noch auf dem Solltauer Weihnachtsmarkt gewesen. Und hab noch eine Wildfragwurst gegessen und noch Grühwein probiert. Danach nochmal nach Walzrode hin, ab in die erste Kneipe und probiert, weil es war einfach zu viel Zeit vor. Aber Grünfulessen war zu reich und erschienen. Das musste ja auch mal sein. Ja, ich hab mal so beim Bürgerbus in Neukirchen zum Mainacht gefahren. Wegen der Einschneidenfläche. Was ist das? Bei einem normalen Liniebus ist es nicht, ja. Bei einem Bürgerbus, ja. Weil es... Wie ist es nur ein Autobahn? Weil, ähm... Es wird ja nur dort mit einem normalen Führerschein gefahren. Achso, ja. Nicht hier, muss man ja so gefahren fahren. Ja, das ist ja ein zusätzlicher. Ja, ja. Weil der ja etwas doch ein bisschen größer ist. Ja. Und dadurch kann man aber mehr mitnehmen und... Man braucht sie nicht extra anzuschneiden. Also, Bürgerbusse sind nicht unbedingt sinnvoll. Nein, nein. Ich glaub nicht, wer sie anschnallen will, kann zaubern. Sie ist ja vorhanden alles, ne? Schon. Aber ich bin... Nee, nee. Wenn man mit einem Bus fährt, dann bloß keine Anschnallen kriegt. Nee, nee. Das muss nicht sein. Das ist... Das ist... In der Bahn schnallt man sich auch nicht an. Nee, nee. Das ist schon... Das ist so denkbar für dort. Was? War. at? War. Wach Mos Mis 축ав Silber USA 됐tigerator! Mohammed! Tja, das ist der Vierholz-Ort. Ja, der Zentrum. Ja, der Zentrum. Wir sind noch nie einer eingestiegen. Hahaha, das war gut. Aber weiß man ja nicht, kann ja auch noch einer angestiegen. Ja, aber dafür fehlen eine eigene Stelle in Gilmerdingen immer noch. Andere gerade fährt sich, da fährt ihr einfach durch. Ja, wenn wir welche haben, dann habe ich welche auch schon mal an der Ecke rausgelassen. Weil die müssen ja sonst laufen, das ist ja kacke. Ja klar, beziehungsweise auch die Buslinge 205 dann ausweichen. Ja. Und das ist ja extra eine Anmeldung. Ja. Also das ist dann nicht so schön nach vorne. Nee. Ja. 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 Und wenn wir das nächste Jahr Weihnachtsmarkt wäre es auch ganz gut. Da kann ich etwas länger bleiben. Wann hat es halbwertig oder Weihnachtsmarkt auch geholfen? 2. oder 2. Hat auch heute. Hat auch heute? Oh Gott. Ja, aber die haben sogar bis um 20. Okay, in Neukirchen ist es nur bis wachsum geholfen. In Solltau weiß ich das. Ich glaube, in Solltau ist 22. Hoffen wir mal. Allein durch die Eisbahn, die da ist, ne? Ach ja, die haben es ja. Ich glaube, da kann ich auch nicht mehr so fliegen. Die ist ja da, ja. Ja, weil die Eisbahn hat ja länger. Ja. Ich weiß gar nicht. Stand hier zuerst in der Hochzeit? 21.00 Uhr. 21.00 Uhr. Müsste es gewesen sein, ja. Zumindest war es im letzten Haus so gewesen. 21.00 Uhr. Weil da kam ich teilweise auch zu Fuß dort entlang. Ja. Laufen die da auf Eis oder laufen die jetzt auch schon auf Kunstloch da? Das weiß ich nicht. Ja, war doch mal irgendwas. Ich war noch nicht. Das ist absolut nicht. Das ist ein ganz, ganz neu, mega Belag. Das ist dann wie Eis. Ja. Das sieht weiß aus. Ja. Okay. Aber da kam man auch noch ein bisschen ganz fest. Eine Zeit, oder so. Aber ob das jetzt hier ein solcher war. Ich hab das mal unten in der Zeit. Ja. das ist jetzt nicht so, Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Im April findet wieder das Osterfeuer hier, Schöpfe? Ja. Da müssen wir auch nur noch ein paar Wohler sehen. Ja. Da bin ich mal gespannt. Glaubst du, dass das Regen empfohlen ist? Dann ist es wieder so ganz schlecht. Wie in diesem Jahr im April, ja. Das sagt ja soweit alles ab. Wohler! Ja. Wohler! 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 Also für Suchverspätungen aus Hamburg ist das eigentlich nur eine Variation. Wenn so eine 10- oder 20-minütige Verspätung vorhanden ist, bei den Jungs-Versuch ist das immer auch immer. Ja, ich hatte mich mal so angemeldet mit dem Fahrrad gehabt. So, ne, ich führ dich zum Bus. Ja, für den Bus hier. Ach so. Ja, okay. Fahr wieder für uns auch hier. Ne, man muss sich extra anmelden. Da steht auch im Fahrrad gar nichts an. Und jetzt auch für diesen Bus hier? Ja, auch für den kleinen Bus. Ganz hinten drin ist ja noch die Fläche vorhanden. Ja, was ist denn da mit da? Also, äh, für den Fahrrad reicht es ja. Sonst wird ja ein Großbus eingesetzt. Ja, ich habe auch keinen Fahrrad. Ich wollte fahren. Darum habe ich ja extra mich auch angemeldet. Und, äh, ja, der Zug hatte nicht mehr spät. Und es hat natürlich nicht geklappt. Also dann, äh, mit dem Fahrrad nach Neuenkirchen, und wieder zurück dann. Wie kommt die gefährliche Strecke da an der Oberland? Also, direkt nach, äh, von Solta nach Neuenkirchen. Ach so, ich dachte von, äh, ich dachte, äh, von wir, äh, von wir, äh, das ist ja gefährlich. Und, äh, wie sollt ihr auf das Keta sein? Das ist ja... Da war ich einfach durch den Wald gefahren und... das geht dann. Aber, wie soll's, ähm, darüber, da, ähm, soll auch ein neuer Radweg gebaut werden. Ja. Also, ähm, der, ähm, Verkehrsausschuss des Heidekreises hat ja darüber auch so abgeschwimt über ne Firol. Ich hab's auch noch Pfeile gesehen. Die haben's auch auf der Straße ein paar Pfeile gezeigt. Ach so. Pfeile auf der Straße, das müssen auch, äh, ähm, für tote Wildwechselunfälle sein. Ach so, okay. Weil, äh, zwischen Träderberg und Bienenbüttel an der B3 da oben in Richtung Puxaude. Ja. Da bin ich auch unterwegs. Und, ähm, wenn ein totes Tier vorhanden war, dann, äh, machen die auch dann halt Pfeile drauf, so. Die sind in der Farbe Grünmeiß vorhanden. Das war in der Farbe Weiß jetzt. Weiß, ach so. Vielleicht ist es regional unterschiedlich. Ja. Keine Ahnung. Aber da haben die auch Anfangsrundfall dann aufgezeichnet und wo es getroffen hat, mit den Pfeilen. Der Tal ist zu. Es wird auch teilweise zu schnell gemacht. Gerade in Waldgebieten. Ja. Wenn die Bundesstraße vorhanden ist, dann, äh, ... 60 ist, äh, wohl, ein bisschen, kriegst du jetzt da. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. 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 Ja, das ist... Ja, das ist so als Abkürzung. So, wie ich sag von den Zuschauern, würde ich das auch machen. Wenn das nachts gewesen wäre und auch noch LKWs drücken. Im Klaren Platz und wird 80. Und hier haut den auf. Also durch den Netz. Ja, weil auf dem Standstreifen ist es gar kein Thema. Aber trotzdem, ne? Ja. Wow. Ein Rollstuhl. Ein Rollstuhl. Ein Rollstuhl. Ja. 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 So was gibt's auch. Naja. Also in Polen, die Autobahnen sind ... ... ein bisschen schlimmer in der Richtung. Da gibt's so keine Verkehrsregelung. Wenn auf einer zweispurigen Straße dann überholt wird, die Hauptsache ist noch Platz vorhanden, links, rechts. Okay. Also in der Weite natürlich. Und dass keiner vorne an ist. Okay. Scheiße. Aber hier ist auch die Beleuchtung nicht lang. Ja. Die Weihnachtsbeleuchtung. Neu, okay. Genau, noch nicht. Ja. 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 Aber in dem sind auch keine Weihnachtsbeleuchtung vorhanden gewesen mehr. Im letzten Jahr war ja noch eine vorhandene. Ja. Die sind nicht so. Wo es das eigentlich nicht bei dir ist. Die hatten sie jetzt hier am Bahnhof schon drauf. Und hab ich ja nicht drauf geachtet. Wie letztes Jahr war man langgefahren, aber ... Die ist ... Ne, die gibt's auch nicht. Ne, die gibt's auch nicht. Im letzten Jahr gab's da keine Zorn. Ja, stimmt. Aber letztes Jahr hatten wir auch an der Weite abgerissen und hatten dann die Beleuchtung runtergeholt. Ja, klar weiß. Wo war das? Genau. Ruhe. So. So. So.